Guten Abend. Salzstätten. In Salzstätten findet jetzt das Fragen- und Antwortenspiel statt. Seien Sie live dabei. Servus, Performance for Friends. Nein, das ist kein Zauberstab. Ich werde jetzt nicht zaubern oder sowas, sondern es geht heute um uns. Und wir haben gesagt, wir machen ein Fragen- und Antworten-Video in den Social Medias. Und ja, da haben wir gesagt, okay, schickt uns mal Fragen zu. Wir haben wirklich einiges an Fragen bekommen. Vielen lieben Dank. Was aber alles betrifft, also nicht nur Produkte, sondern auch uns. Und wir haben das jetzt einfach mal so ein bisschen aufgeteilt. Und ja, Fragen- und Antworten-Video ist immer so etwas trocken. Ich versuche es so gut wie möglich, so schnell wie möglich zu beantworten, alles. Aber es soll einfach nicht langweilig werden. Gut. Wir haben uns jetzt einfach überlegt, okay, wie machen wir das? Wir machen keine Reihenfolgen, wir können das vom Flaschendrehen. Wie so ein Pfeil, der jetzt praktisch bestimmt, aus welchem Kapitel es geht. Wir haben zum einen über uns, über online. Dann haben wir die Produkte. Dann über technische Sachen. Und diverse Sachen, nenne ich das jetzt einfach mal. Gut. Fangen wir mal an. Ob das funktioniert? Mal gucken. Ja, das funktioniert ganz gut. Hier. Erste Frage. Was unterscheidet euch oder euren Boden zu anderen? Gut, bei uns ist es so, unser Boden zum einen Preis, Leistung, Qualität. Ich denke, das sind Punkte, die uns zu anderen unterscheiden. Weil man kann bei uns das Ganze selber installieren. Das heißt, ich brauche keinen Handwerker. Ich bin auch nicht unbedingt der Begabteste, was das Handwerk betrifft, gebe ich ehrlich zu. Dafür ist das mein Bruder und der Enes. Die zwei können das ganz gut. Das heißt aber, eine Garage oder sowas, das kriege ich auch noch hin. Also man muss wirklich nicht handwerklich begabt sein, um diesen Boden zu installieren. Was ist es noch? Die Qualität, die Langlebigkeit des Bodens. Wenn ich einen Epoxidharz oder irgendwas nehme, zahle ich viel Geld, wo dann praktisch sich das nach den Jahren durch die Weichmache des Reifens einfach löst. Das ist Fakt. Das sagt, davon leben wir auch. Viele Werkstätten rufen mich an und sagen, Gianni, ich habe Epoxidharz. Da löst sich überall, ich habe überall Flecken. Das gibt es bei uns nicht. Und wenn bei uns mal was beschädigt ist, macht es Klick, macht es Klack, ist ausgetauscht, kostet nicht viel Geld. Und ich denke, das ist einer der vielen Gründe, warum das für uns spricht. Die Gestaltungsmöglichkeit. Ich kann mit Farben spielen, ich kann mit Designs spielen. Und was, denke ich, auch noch dafür spricht, ist der Pflegeaufwand. Bei uns ist es ein ganz kleiner, geringer Pflegeaufwand. Das seht ihr ja in den ganzen anderen Videos, die bei uns im Kanal sind. Weil eben der Schmutz durchfällt, wo viele sagen, Gott, da fällt ja der Schmutz durch. Ja, das soll so sein. Das ist auch gut, dass es das tut. Weil ich kann das raussaugen. Ich habe es unter dem Boden, nicht auf dem Boden. Und somit habe ich immer eine sauber wirkende Garage, eine sauber wirkende Werkstatt, eine sauber wirkende Showroom. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall mehrere Pluspunkte im Vergleich zu anderen. Auch Pfützenbildung. Ganz klare Sache. Wasser kann durch, kann dank der natürlichen Hinterlüftung trocknen. Aber das kennt ihr ja alles von unseren Videos. Das heißt auch, ich habe keine Pfützenbildung mehr. Was auch eine Frage ist, fällt mir jetzt gerade dazu ein, was viele Fragen auf Messen. Ja, wie ist das im Winter? Da habe ich ja Salz, Schnee auf dem Auto. Kein Problem. Der schmilzt, geht durch, trocknet. Und am Schluss, das seht ihr in unserem Abwart- und Reinigungsvideo, bleiben nur noch solche Salzkristalle übrig. Mega geil. Gut, nächste Frage. Also es ist sehr provisorisch hier. Gut, zur Firma. Wie ist Performancefloor entstanden? Gehen wir mal ganz weit zurück. Wir schwulen jetzt komplett zurück. Wir lassen auch die Katze aus dem Sack. Performancefloor gibt es so gesehen seit 2018. Also zwei Jahre jetzt. Aber die Firma, die dahinter steckt, das ist die Plastoform GmbH. Das ist unser Familienbetrieb, den unser Großvater schon gegründet hat. Und wir produzieren diese Bodenplatten seit 30 Jahren. Das heißt, wir sind seit 30 Jahren der Hersteller und auch dazu noch der originale Hersteller. Viele sagen, sie sind original. Sind sie aber nicht. Kommt alles bei uns. Das Ding wurde erfunden und auf unserer Maschine produziert. Daher sind wir das Original. Safe. So, wir waren bisher immer im Hintergrund als Hersteller und haben das dann über Händler vertrieben. Da wurde viel Schmur erzählt, viel Schundluter getrieben, wo wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, wir müssen da was machen. Und das hat uns dann dazu bewegt, dass wir gesagt haben, wir gehen selber an den Markt raus. Und das Ganze ist dann, ich habe die Idee gehabt und gesagt, hey komm, da kann man mehr machen mit den Bodenplatten als nur für Terrassen oder Sonstiges, wo es bisher verwendet wurde, haben wir das Ganze nochmal ein bisschen umkonzipiert und umgedacht und haben das dann für den Automotiv und Motorsport gefertigt. Und dadurch ist dann das entstanden und dadurch ist Performancefloor entstanden. Und habe dann noch mit meinem Bruder und mit Enes geredet, die zwei ins Boot geholt, die auch bei Plastoform GmbH eingestellt sind und wir drei machen Performancefloor. Gut. So, nächstes. Das funktioniert ja wunderbar hier. Gut. Ein paar Sekunden später. Gut. Da haben wir eine Frage. Race, Race Flat, was ist der Unterschied? Das zeige ich euch, weil Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte. Das ist die Race Flat abgeflachte Stege. Hier haben wir die Race abgerundete Stege. Das ist der Unterschied zwischen den Zweien. Die sind vom Design her genau gleich. Jetzt fragen sich viele, ja, wofür brauche ich die, wofür brauche ich die? Die Race Flat nehme ich zum Beispiel, wenn ich aufbereitet bin. Fällt mir jetzt spontan ein. Oder ich habe eine Hobbywerkstatt. Oder eine Werkstatt, wo ich knien muss. Die ganzen Jungs oder Verlierer, die Rollhöcker haben, die müssen da drüber rollen können ohne Probleme. Die Idee kam vom Motorsport. Ich bin am Nürburgring gewesen und habe gesagt, ey Jungs, wie sieht es aus? Weil da liegt sehr viel von unserem Boden. Wie sieht es aus? Und ich habe immer das gleiche gehört. Mega geil. Hammer. Wirklich super drauf arbeiten und und und. Öl, wenn das durchläuft, kann man es durchlaufen lassen. Kann weiter arbeiten und macht es danach raus. Das ist gar kein Problem. Nur beim Knien tut das ein bisschen weh mit der Zeit. Also haben wir es abgeflacht. Das ist die Race Flat. So ist die entstanden. Das ist der Unterschied. Gut. Nächstes. Dann tun wir das da hier hin. So. Wo produziert ihr? Wir produzieren hier in Deutschland. Also wir sind hier selber der Hersteller von den ganzen. Und wir tun hier bei uns im süddeutschen Raum, im schwäbischen Ländle, tun wir produzieren. Gut. Technische Frage. Abschluss anwenden und zuschneiden. Wie? Viele denken, wir haben ja diese Seitenteile, nennen die sich ja. Das sind diese Keile, wo man aufläuft oder auffährt. Leute denken ja, dass ich die auch noch, wenn ich jetzt hier meine Wand habe, dass ich die dann noch hinmachen muss. Denkfehler. Machen wir nicht. Sondern an der Wand lassen wir das auslaufen. Ja. Das heißt, wir lassen das dann komplett auslaufen. Bis zur Wand hin. Drei Zentimeter Dehnfuge mindestens. Auch da komme ich nachher nochmal drauf. Und das geht ja nie ganz auf. Das heißt, ich habe dann meistens einen Verschnitt. Aber ich tue mit der Kante an die Wand fahren. Mit einer Dehnfuge. Ganz wichtig. Das ist der Abschluss an den Wenden. Und zuschneiden. Habe ich ja gerade angesprochen. Kann ich das mit Stichsäge, Kreisäge ohne Probleme fahre ich einfach durch. Gut. Also, ich hoffe, das ist soweit. Ihr seid noch am Ball. Ihr bleibt noch dran. Weil da kommen wirklich noch sehr, sehr interessante Fragen. Dann machen wir weiter. Wieder persönliche Frage. Wie alt seid ihr? Anis ist 30. Ich werde jetzt 30. Und Sandro ist 27. Gut. Dann. Run. 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 Race. Flat. Run. Race. Run. Race. Flat. Habe ich ja gerade schon erklärt. Wenn ich eben viel knien muss, wenn ich rollen muss, drauf nehme ich die Race Flat. Wenn ich eine Garage habe oder Sonstiges, brauche ich das nicht. Also, da nehme ich die Race dann. Oder in einem Showroom. Da kann ich die Race nehmen. Gut. Hier geht es weiter. Tatsächlich eine Frage. Ich habe schmunzeln müssen. Wie schwer bist du? Ich würde mal sagen, ich bin schwer in Ordnung. Gut. Nächste Frage. Warum Dehnfuge? Ich habe es ja gerade schon erklärt, dass man eine Dehnfuge lassen muss. Dass das wichtig ist. Weil beim Laminatboden kennt man das zum Beispiel. Der dehnt sich ja bei Wärme aus. Das gleiche haben wir bei unserem Material auch. In der Herstellung wird es ja verflüssigt. Wird dann eingespritzt in die Form. So. Und dann ist es da drin eingeklemmt. So kann man es sich vorstellen. So. Sobald es jetzt warm wird, sagt das Material, ich habe Platz. Schön. Ich kann mich bewegen. Und genau deswegen muss man eine Dehnfuge lassen. Wird der Boden warm, dehnt er sich aus. Kann der nicht nach rechts, kann der nicht nach links. Was passiert? Er geht nach oben. Und deswegen sagen wir immer, Leute, Dehnfuge, drei Zentimeter, mindestens ein Prozent der Gesamtfläche, mindestens drei Zentimeter. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fläche habe von, schlag mich tot, 500 Quadratmeter, ein Prozent, brauche ich fünf Zentimeter. Da geht es mit den drei nicht mehr. Gut. Gut, nächstes. So. Was ist die Blastoform GmbH? Ja, ihr seht es bei uns im Impressum und überall, da steht Blastoform GmbH. Wie gesagt, das ist unser Familienbetrieb. Was wir noch machen, wir machen die Marke florko.de. Setze ich unten rein. Das beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Gartenbereich. Das heißt, das sind Echtstein, Echtholz und WPC-Clickfliesen. Also wir haben das ähnliche System, bloß mit echtem Stein, echtem Holz. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und wir sind noch ein Großhandel für Baustoffe, die auch an einer Produktion beteiligt ist für Dachdecker, Zimmerer, Gipser, Stuckateure. Das heißt, wir sind im Baubereich dann auch noch ein Großhandel für Baustoffe. So kann man es sagen. Das macht die Blastoform GmbH. Unser Großvater, der hat das Ganze aufgebaut. Der ist jetzt, hat das überschrieben jetzt an meinen Vater, an meinen, oder an unseren Vater, an unsere Mutter. Das heißt, das ist unser Familienbetrieb. Gut. Nächstes, persönlich, wer macht was? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich mache die Planung, stehe hier vor der Kamera, bin das Gesicht vom Performance Floor, bin derjenige, der die Idee damals gehabt hat, hey, da kann man mehr draus machen. Hab da auch viel lernen dürfen. Sandro ist der Handwerker bei uns, so von unserem Trio jetzt, sage ich mal. Der die ganzen Planungen alles macht, der die Baupläne liest, der die Planung macht, sich Gedanken macht, wie kann der Kunde das am einfachsten, am besten verlegen. Der auch der Kreative bei uns ist, der eben die ganzen Designs entwirft. Und Enes ist bei uns absolutes Koordinationstalent, der dann praktisch auch die ganzen Abläufe überwacht, die Logistikabläufe, der eben auch unten im Versand mit seinem Team guckt, dass er die Ware sauber bekommt, dass er die richtig bekommt, dass er die ganzen Messen alles bei uns plant und koordiniert, eben mit den ganzen Speditionen, dass das alles wieder funktioniert und zurückkommt. Und die ganzen Geschichten, das macht alles der Enes, genau richtig. Und ja, ich gucke, dass das im Verkauf gut läuft. Ja, solche Sachen, die ganzen Eventplanungen und sowas, das mache ich noch. Genau, einfach, dass ihr auch mal hinter die Kulissen schauen könnt. Okay, vorhergehensweise Bestellung. Es gibt zwei Möglichkeiten bei uns. Möglichkeit 1 war bisher immer, dass alles per Mail reinkam. Ihr habt das ausgemessen, eure Garage, eure Halle. Hattet vielleicht einen Grundriss, habt es uns zugeschickt, Sandra hat sich das angeguckt, hat die Planung reingemacht. Wir haben danach die Planung gezählt und haben euch ein Angebot gemacht. Nach dem Angebot kam dann die Bestellung. Wir arbeiten ausschließlich auf Vorauskasse. Haben das am Anfang nicht gemacht, haben viel Lehrgeld bezahlt. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen in Zukunft nur noch Vorauskasse. Aber wer den Boden haben will, für den ist das ja kein Problem. Die jetzige Vorhergehensweise ist so, wir haben jetzt einen Floor-Designer bei uns auf der Homepage. Da kann man ja dann seinen Boden selber kreieren. Das heißt, wenn man bei uns auf www.performance-floor.com geht, ist eine Rubrik, mach es dir selbst. Ich finde es so genial. Mach es dir selbst. Da kannst du deinen Floor-Designer öffnen und kannst dann deinen Boden anhand deiner Maße, die du ausgemessen hast, gibst du ein und kannst dann dort deinen Boden selber kreieren. Ich sage immer, die Rays oder die Rays Flat. Diese geschlossenen Fliesen, die wir auch noch haben, nehmen wir eigentlich so gut wie gar nicht in die Planung rein, weil ich habe eine Expansion, die noch schlimmer ist, noch mehr Ausdehnung. Und das Design hier und die Vorteile von der Rays und der Rays Flat sind halt deutlich mehr als bei dem geschlossenen Boden. Ganz einfach. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch da dann alles zusammenstellen. Und dann haben wir jetzt eine neue Homepage und einen neuen Online-Shop, wo man das Ganze dann praktisch eingeben kann. Dann sehe ich A, was kostet es? Und B, kann dann direkt bestellen, kann per Paypal bezahlen oder per Überweisung. Das heißt, da ist dann alles angegeben. Also, do it yourself. Planung, bezahlen, verlegen. Ganz einfach. Gut. Dieser Stift, ich merke schon, das ist nicht so die tolle Idee. Ich wähle jetzt einfach bewahrlos aus. Coole neue Homepage. Macht ihr das selbst? Wir haben das in der Vergangenheit selber gemacht. Sandro und ich haben das jetzt aber komplett abgegeben, haben eine komplett neue Homepage gemacht. Wie gerade schon erwähnt, schaut auf jeden Fall mal rein. Die Homepage selber haben nicht wir gemacht, sondern Selected Web Design. Das ist der Julian und sein Team. Die Jungs haben mal richtig Vollgas gegeben. Professionell, ging schnell. Und jetzt könnte eine sagen, ja, was interessiert mich das? Also, es gibt welche da draußen, die überlegen vielleicht auch eine Homepage zu machen. Selected Web Design. Ich tue den Link und das Video rein. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Lohnt sich. Gut. Die Felder werden immer kleiner. Gehen wir mal hier hin. Expansionsteil. Wann für was LED mit dabei? Oft gestellte Frage. Expansionsteil. Sieht so aus. Ab 80 Quadratmeter empfehlen wir das. Ab 150 Quadratmeter ist es fast Pflicht. Weil sonst müsste ich ja die 3 Zentimeter oder nennen wir eine größere Fläche als Beispiel 500, 600, 700 Quadratmeter, wenn ich an die Industrie denke, müsste ich ja so viel Platz lassen, den Fugel lassen. Deswegen gibt es diese Expansionsteile, die tun die Bewegungsaufnahme steuern. Das heißt, wenn ich dann irgendwann doch an den Moment komme, wo ich eben irgendwo hängen bleibe, dann tun diese Teile sich einschrumpfen und somit habe ich dann eben die Ausdehnung in der Kontrolle. Und wir haben hier ja, wie schon so oft erwähnt, diese Kabelkanäle noch mit reingemacht. Mittlerweile benutzen wir sie hauptsächlich nur noch als LED. Das heißt, hier kann ich die LEDs reinmachen. Das heißt, wann setze ich das ein? Wenn ich eine große Fläche habe, für was setze ich das ein? Zur Aufnahme von der Ausdehnung und LED mit dabei? Nein. Da sind keine LEDs mit dabei, weil wir gesagt haben, ey, wir haben das am Anfang gemacht, dann hatten wir Reklamationen, weil das LED-Band nicht funktioniert hat. Ich wiederum konnte mit dem Händler mich rumstreiten, der wiederum konnte sich mit seinem Händler rumstreiten. Also habe ich gesagt, ey, es gibt so viele Angebotsmöglichkeiten auf Ebay, auf Amazon, auf weiß weiß ich was, wo man sich das selber besorgen kann. Genau. Gut. Machen wir einfach so im Kreis weiter. Hebebühne geht. Die Frage kommt öfters. Ich kann eine Hebebühne drauf machen, eine Immobile. Das funktioniert. Kommt auch auf die Hebebühne an. Wir haben Hebebühnen, da rutscht das. Das heißt, da mache ich einfach eine Anti-Rutschmatte zwischen Boden und Hebebühne. Dann geht das ohne Probleme. Eine Immobile kann ich auch drauf ziehen. Funktioniert alles ohne Probleme. Wenn ich höher bin als 1,50, habe ich gehört, muss es eh im Boden verankert werden. Da ist unsere Empfehlung einfach immer bei mobilen, ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt eine stationäre Säulenbühne habe, kann ich das außen rum schneiden. Also da ist kein Problem. Oder wenn ich einen im Boden eingelassen habe, kann ich das auch außen rum schneiden. Wenn ich eine Scherenhebebühne habe, die im Boden verankert ist, empfehlen wir es auch außen rum zu schneiden. Weil es macht keinen Sinn, da jetzt ein Loch durchbohren durch den Boden und durch allem. Schneidet es einfach zu. Denkt an eure 3 cm Dehnfuge, dann passt das. Gut, da sind wir dran. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Kurz erklärt, Performance-Loss sind wir zu fünft. Die das Ganze machen, die Plasterform GmbH selber hat zwischen 50 und 55 Mitarbeiter. Also 50 Mitarbeiter kann man sagen. Genau. Das heißt, wir haben da auch genügend Manpower, gerade im Versand oder so, wo wir drauf zurückgreifen können vom Performance-Loss. Habt ihr Familie? Hat jemand gefragt, ja. Also ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 3 Jungs. Sandro ist auch verheiratet, hat 1 Junge, 2, die kommt. Das heißt, bald 2. Enes ist auch verheiratet und hat 2 Mädels. Genau. Dann ist das System erweiterbar. Ja klar. Vorausgesetzt, ich habe es nicht abgeschnitten. Das heißt, wenn ihr eine größere Fläche habt, ihr wollt es machen und wollt erstmal nur ein Teil machen, dann kann ich das mit den Abschrägleisten abgrenzen. So habe ich auch einen Stolper-Schutz mit den Seitenteilen. Und dann mache ich die Seitenteile weg und tue dann weiter klicken. Also ist erweiterbar. Klar kein Problem. Dann wieder persönlich. Was habt ihr gelernt? Ich habe Bankkaufmann gelernt. Das war damals Voraussetzung von unserem Großvater. Der hat gesagt, was, ihr wollt in die Firma? Dann müsst ihr eure Ausbildungen machen. Dann habe ich gesagt, okay. Durch das, dass wir eben Großhandel für Baustoffe sind, auch Dachdecker beliefern, hat dann mein Bruder Zimmermann gelernt. Das heißt, das Technische. Und ich habe das kaufmännisch abgedeckt mit einer Bankkaufmann-Ausbildung. Und Enes, der hat hier bei uns schon gelernt. Das ist schon ewig hier in der Firma. Der hat Fachkraft für Lagerlogistik gelernt. Also der hat dieses ganze Lagerlogistik auch gelernt. Genau. Wie reinige ich den Boden? Dazu gibt es einen Moment. Ganz einfach erklärt. Staubsauger. Einfache Reinigung. Das heißt, erst mit dem Besen drüber, fällt das alles durch, kann ich das aussaugen. Brauche ich nicht aufmachen. Einmal im Monat sage ich jetzt mal. Einmal in zwei Monaten. Dann gibt es die Möglichkeit, das großflächig aufzumachen. Das heißt, da kann ich das rausklippen. Das sieht man in unserem Reinigung- und Abwart-Video. Hier im YouTube-Kanal. Wunderbar. Kann ich das großflächig aufmachen. Kann das dann praktisch so rausmachen. Oder es besteht auch die Möglichkeit, das dann rauszuziehen. Mit dem Dampfstrahler kann ich da drüber. Dann ist das wieder sauber. Bei uns in Instagram, in den Stories, seht ihr Sophia Kelleit. Der hat ja auch einen Boden von uns. Die Sophia hat da einfach mal jetzt vor zwei Wochen war das, Stories gemacht, wie sie den Boden reinigt. Von sich selber fand ich mega cool. Und da sieht man das Step-by-Step. Das heißt, bei uns in den Highlights von den Stories einfach mal auf unserem Instagram-Profil schauen. Da sieht man das, wie easy das ist. Ihr könnt keinen Boden so leicht pflegen wie unseren. Safe. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Gut. Drei Stück haben wir noch. Was habt ihr für Fahrzeuge? Ja gut. Ist das, was viele verwundert. Ennis hat eine C-Klasse. Im T-Modell. Ich fahre ja den Victor. Und Sandro hat einen Turan. Genau. Also wir haben ganz normale Fahrzeuge. Ja. Ich habe noch zwei Motorräder. Eine Harley-Davidson und eine Buell. Ja. Das war's. Ist das jetzt eben erweiterbar? Haben wir schon. Da ist doch nur noch eine Frage. Was gibt es Neues? Lustig, dass die zum Schluss kommt. War wirklich nicht geplant. Ja, wie gesagt. Wir haben eine Homepage. Dann gibt es noch Neues, dass wir jetzt die YouTube-Videos jeden Freitag ein Video machen wollen. Wir versuchen das gut möglichst einzuhalten. Aufgrund von Corona gibt es momentan nicht viel Neues, weil die ganzen Events ja abgesagt worden sind. Wir haben neue Modelle, beziehungsweise neue Farben, die jetzt nach und nach kommen werden. Dann einmal das Zurkis, dann haben wir jetzt das Grün, das Limette-Grün. Da folgt jetzt noch Pink, Lila, Gold. Ja. Die kommen noch. Dann gibt es eigentlich so nichts mehr Neues. Wir werden, das nächste Video wird geplant sein, dass wir einen Härtetest machen für den Boden. Weil das auch öfters gefragt wird für Werkstätten. Das heißt, da wollen wir einfach mal zeigen, wie viel hält unser Boden wirklich aus. Wir werden auch da nichts irgendwie betrügen oder vertricksen oder vertuschen. Sondern das ist mal wirklich Butter bei der Fische. Wir sind mega froh, dass wir euch haben, dass ihr uns so supportet. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt heißt es wie immer, mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020